Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Ori and the Blind Forest und einfach mal spaßeshalber gucken wo es hier dann geht. Von hier kam ich. Ich könnte sagen, magst du nicht einfach mal sterben da oben? Gut. So. Oh Gott, das gibt es ja hier nicht. Ach so, da ist zu. Gut. Geh weg. Weg, 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 weg. Oh Mann ey. So. So, 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 so. Jetzt muss ich hier erstmal wieder. Ah, ich erinnere mich. Ich hab doch einen knapp gedrückt. Mann, häng ich an der Kante gerade. Hm. Hm. Ja, lassen wir das. Was? Ich hab... Knöppchen gedrückt. Das ist eben so. Tschüss. Man muss hier nicht alles bekämpfen. Ne? Ich hab den Knopf gedrückt. Ich hab den Knopf gedrückt. Ich glaub das hatten wir heute schon mal. Ach, weißt du was. Tschüss. 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 So. Ne. Höh. Nein. Komm schon. Ich hab voll vergessen, dass ich noch einen Doppelsprung habe. So. Höp. Erstmal Erkundschaften. Okay, da müssen wir lang. Sehr schön. Höp. Okay. Was zum... Das geht schief. Sage ich und das passiert. Tschüss. Oh, das wird knifflig. Das wird knifflig. Nein. Oh. Alter. Auch ich darf mal Glück haben. So. Nein, ich weiß nicht. Ich darf kein Glück haben. Hup. Hup. Huah. Was zu denken. Ist das schon fettes Vieh. Ach, ich erinnere mich. 500 Feinde mit der Geisterflamme besiegt. Schön. Aber ich kann mal wieder speichern. Jawohl. Warte. Hup. Hm. 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 Ob das jetzt der richtige Weg war? Weil unten war natürlich auch noch was. Oh, Gamepass! Geh mir doch nicht still. nicht auf den Sack. Oho, Fähigkeitspunkt. Was ich mich halt jetzt frage, unten war auch noch ein Weg, ne? Wow. So urplötzlich Energie ohne Ende. Das klingt natürlich nice. Das natürlich auch. Das verursacht Schaden beim Stampfen. Äh, in der Wöhn. So. Einmal durchatmen und weiter geht's. Äh. Eben wollte ich noch sagen, ich habe ja bis jetzt einen Vorteil, ich wurde kaum getroffen. Oh. Alles klar. Seelenverbindung ist vorher, weiß ich doch. Juhu. Ey, da ist das Ding. Da ist das Ding endlich. Wobei natürlich, warte mal. Ich kann natürlich nichts machen mit dem Ding auf dem Kro... Oh, was passiert jetzt? Okay, es verändert sich. Hä? Ach, da unten war uns. Oh, nein. Oh, Mann. Was? Also beim ersten Mal ging's so... Mh, Mann. Aaaaah Ehh Mensch, Mensch, Mensch Wie habe ich das beim ersten Mal so gut geschafft? Oh, nicht gespeichert Okay, einer hat noch viel Energie, einer hat kaum noch Energie Soweit sind wir schon mal Einer ist down Erstmal habe ich den ersten, glaube ich, einen von beiden richtig gut erwischt, dass der recht früh weg war Natürlich, komm Oh Mann, ey Jetzt aber Aieieieiei So Everything change The wind of change Lauf, 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 lauf Ja gut, wenigstens kann ich noch angreifen Einen richtigen Moment abpassen Natürlich, natürlich So Es läuft doch Auch das ist immer schon Oh, das ist ja Leid, ja Toll Ich stand weg jetzt Klarheit Klarheit Okay Okay Wir entschündeten die verhüllte Laterne Und sie lichtete den Dunst Uri Der Schlüssel zu dem Elendsruin Das Gumonsiegel wurde gefunden Du hast das Gumonsiegel Mit diesem Schlüssel kannst du Okay Das Element Das Element Findet sich tief in den Elendsruin Ist wirklich von hier Es ist nicht allzu weit Ich kann dir den Weg zeigen Nicht weit Nein, überhaupt nicht Ich finde das Genau, dass im Nebelfost versteckt ist Ja, hab ich doch jetzt So Was heißt jetzt irgendwie nach unten Ah Jetzt wieder nach unten Glaub ich zumindest Oh nein 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 Jetzt nicht mein Kollege Und für euch sage ich wie immer Danke fürs Einschalten Gehabt euch wohl Und tschü Und tschü Und tschü Und tschü Und tschü Und tschü Und tschü